Eieiei, was für ein kaputtes Video. Ja, kurz zusammen, was noch was passiert ist. Ich habe mir Hilfe geholt, aber nur in Form eines ganz klitzekleinen Tipps, der mir sagte, du musst durch den Dschungel finden und zwar eine Platzwurm finden durch den Dschungel. Und ich habe mich vorhin auch schon, da ist nichts passiert, das habe ich nichts verpasst. Ja, immer mit der Ruhe, Mann, das war nur ein Affe. Eine halbe Stunde verlaufen im Dschungel oder bin durchgelaufen und habe schon gemerkt, dass das je nachdem, wo ich langlaufe, mal woanders rauskommt. Also im Prinzip immer bei dem Bildschirm, wo ich schon war, aber trotzdem irgendwie Ausgang X nicht immer zu Eingang Y fühlt oder umgekehrt. Also, dass das schon irgendwie so eine Art labyrinthmäßig ist. Deswegen war auch schon meine Vermutung, okay, das ist labyrinth-like. Ich muss erstmal den Kopfhörer drehen und dann hoffen, dass ich irgendwann in einem anderen Screen rauskomme. So, und da sind wir jetzt. Ich habe den Screen mit der Felsnadel nach oben verlassen, bin dann hier einmal rausgegangen, bin dann hier unten reingegangen und bin dann hier wieder rausgekommen. Und da bin ich jetzt. Genau. So, ich muss den Chat aufmachen. Und ich habe mir gesagt, ich speichere jetzt jeden scheinbaren Erfolg, speichere ich ab. So, das P2 habe ich abgespeichert. Genau, P2 habe ich abgespeichert. Das ist das jetzt hier. Jetzt gehe ich Basis halber mal wieder da durch. Gucken, wo ich dann rauskomme. Aha. Jetzt gehe ich mal wieder da durch. Jetzt gehe ich wieder da durch. Jetzt gehe ich wieder da durch. Ich hätte schwören können, dass dieser Weg... Jetzt gehe ich wieder da durch. Ich sehe den Chat aktuell nicht. Chat, ich sehe dich nicht. Also, dann lade ich jetzt mal wieder mein P2. Und gehe hier raus. Das ist nichts. Gehe da oben raus. Ich bin jetzt hier unten. Okay. Vermutlich muss ich hier in der Mitte rauskommen. Gehe ich mal stark von aus. Das ist das Ding, wo ich hin muss. Gehen wir uns zurück. Aber dafür, damit ich in der Mitte rauskommen muss, muss ich hier vielleicht hingehen? Nein. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Also, das hier führt nach nirgends. Das hier führt wieder zum... Ja. Ah, aber jetzt bin ich hier oben. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Jetzt bin ich da oben. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt bin ich da oben. Das hat Potenzial, das hier. Das hat Potenzial. Das habe ich hier mit dem Gefühl. Ähm. Frage ist, wohin jetzt? Natürlich geht man wieder zurück. Nein. Kann ich denn... Da oben oder da unten? Was ist mit da oben? Oh, schade. Nein! Vielleicht muss ich doch P2 weitermachen. Also, wo waren wir denn? Hier geht es auf jeden Fall raus. Da kann man sicher sein, da geht es raus, alles klar. Wieso ist denn jetzt schon wieder weg? Was ist denn das? Hallo! Kann es auch nicht arbeiten. So, nehmen wir das mal. Nein! Hier geht es natürlich nicht raus. Doch, hier geht es auch raus. Da bin ich da unten. Gehen wir hier raus, bin ich hier. Gehe ich hier raus, komme ich da oben raus. Wie dieser abrupte Musikwechsel hier, äh, ganz schlücken. Man sieht mich gar nicht. Das wäre doch besser. Gibt es hier etwa drei Ausgänge? Ah ja, gucken Sie mal, gucken Sie mal. Guck mal, da war ich noch nicht. Hier war ich noch nicht. Auf der Ebene war ich noch nicht. P4, das hat das Potenzial. Dann, entweder gehe ich jetzt da hoch. Hier. Nein. Jetzt habe ich mich total verlaufen. Nein, hast du nicht. Oder bedeutet das, dass ich jetzt wieder am Anfang einfangen muss? Nein, jetzt seht ihr hier, ne? Nein, 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 nein. P4, das war cool. Das war cool hier. Und hier so die Richtung. Da waren wir noch nicht. Da waren wir noch nicht rausgegangen. Hier oben waren wir rausgekommen, da unten. Aber hier in der Mitte waren wir noch nicht raus. Und jetzt direkt muss man speichern. Wie die Plattform. Jetzt kann ich dieses Ding aufstellen. Dieses Dreieck. Die Initialen im Felsen lauteten FK. Frederik Ketsch ist hier gewesen. Löcher. Drei flache Vertiefungen sind in den Stein gehauen. Nein. Der Hügel, auf dem ich stehe, hat mich beim Raufklettern an einen Kamelhöcker erinnert. Jetzt wollen wir doch mal sehen, was wir sehen können. Das ist die Indianertschöns-mäßig jetzt. Wir können also runtergehen. Ja. Nichts können wir sehen. Da gucken wir gleich nochmal rein. Da gucken wir gleich nochmal rein. Muss ich das gedrückt halten und dann dort auf? Dann dreh doch das Ding mal, Kollege. Wie wär's denn? Dreh doch mal. Du musst das tunen mit der Unterhose, ne? Das ist ein schöner Ausblick hier, muss man sagen. Bronsons Theodolit. Jetzt einem nobleren Verwendungszweck zugeführt als gemeinem Betrug. Gibt's da irgendwelche Stellschrauben, die man fertigen kann? Ich kann hier nur... Ich kann ja sonst nichts machen, ich sehe nichts. Dreh doch mal. Ach, alter ey. Na danke. Das ist die Markierung, die ich auf der Felsnadel befestigt habe. Ich sehe die Markierung, die ich an dem Felsen unten im Wald befestigt habe. Und direkt in gerader Linie, das muss das Versteck von Ketsch's Schatz sein. Aha. Kann man schon was sehen hier? Ach toll, jetzt ist die andere Richtung gedreht. Stopp. Okay. Gut. Ja, und jetzt? Bronsons Theodolit. Bronsons Theodolit. Jetzt einem nobleren Verwendungszweck. Ach, da muss ich jetzt wahrscheinlich... Ach, scheiße. In die Richtung... Was? In die Richtung... Was geht nur? Was geht in die Richtung gar nicht? Kann man rechts drum drehen? Rechtsdreher? 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 Das ist der Zeitungsausschnitt über die bevorstehende Seite... Das ist der Kajotenstein... das sollte kann ich diesen felsen irgendwie markieren jetzt oder was kann ich jetzt zurückgehen einfach und ich habe gespeichert ausgang wenn wir zum ausgang können dann hast du das ding ach nee und jetzt und jetzt dieser wald scheint nie aufzuhören es ist ja eher dann so in die richtung muss ich gehen kann ich jetzt vielleicht runtergehen jetzt muss mich durch den schungel noch mal ausgang da stand ausgang oh nein oh nein bitte nicht bitte nicht das kannst du mir nicht antun wenn ich jetzt wieder sowas warum sollte ich es runterreißen dieser wald scheint so dass ich jetzt wieder zu dieser plattform muss wo bin ich ja langgegangen hier oder hier ja 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 Ging das jetzt zur Plattform oder das zur Plattform? Ging-Ging-Ging Ging-Ging-Ging-Ging-Ging-Ging-Ging Ging-Ging-Ging-Ging-Ging-Ging-Ging-Ging-Ging-Ging-Ging-Ging-Ging-Ging-Ging-Ging-Ging-Ging-Ging-Ging-Ging-Ging-Ging-Ging-Ging-Ging-Ging-Ging-Ging-Ging-Ging-Ging-Ging-Ging-Ging-Ging-Ging-Ging-Ging-Ging-Ging-Ging-Ging-Ging-Ging-Ging-Ging-Ging-Ging-Ging-Ging-Ging-Ging-Ging-Ging-Ging-Ging-Ging-Ging-Ging-Ging-Ging-Ging-Ging-Ging-Ging-Ging-Ging-Ging-Ging-Ging-Ging-Ging-Ging-G